Die 5. Reserve-Division war ein Großverband der Preußischen Armee im Ersten Weltkrieg. Gliederung, Reserve-Infanterie-Regiment Nr. 48, 4. Kompanie, Pionierbataillon von Rauch Nr. 3, 5, Eskadron, Dragoner-Regiment von Bredow Nr. 4, 11. 5. Bataillon, Reserve-Fuß-Artillerie-Regiment Nr. 17, Pionierbataillon Nr. 305, Divisions-Nachrichten, Kommandeur Nr. 405, Gefechtskalender, 1914, 23. August bis 26. September, Sicherung gegen Antwerpen, 27. September bis 9. Oktober, Belagerung von Antwerpen, 10. Oktober, Besetzung von Antwerpen, 10. bis 17. Oktober, Verfolgung, Gefechte in Flandern. 18. Oktober bis 30. November, Schlacht an der Isar. 1. bis 5. Dezember, Transport nach dem Osten. 6. bis 17. Dezember, Schlacht bei Lovic-Saniki. Ab 18. Dezember, Schlacht an der Roca B. Zura. 1915 bis 16. Juli, Schlacht an der Roca B. Zura. 17. Juli bis 5. August, Kämpfe um Warschau. 8. bis 18. August, Verfolgungskämpfe zwischen Weichsel und Bug. 19. bis 24. August, Schlacht an der Pulvanoschetz. 25. bis 31. August, Verfolgungskämpfe an der Bialovisca Pushta. 1. bis 12. September, Kämpfe an der Jasiolda und an der Zilvianca. 13. bis 18. September, Schlacht bei Slonim. 19. bis 24. September, Kämpfe an der oberen Shitschara-Seer-Vetsch. Ab 25. September, Stellungskämpfe an der Shitschara-Seer-Vetsch. 1916 bis 4. Mai, Stellungskämpfe an der Shitschara-Seer-Vetsch. 16. April bis 19. Juni, Reserve der OHL bei der 9. und 12. Armee. 20. Juni bis 3. Juli, Stellungskämpfe in den Pripet-Sumpfen. 3. bis 29. Juli, Schlacht von Baranovici. 3. Juli bis 31. Dezember, Stellungskämpfe an der oberen Shitschara-Seer-Vetsch. 1917, 1. Januar bis 14. April, Stellungskämpfe an der oberen Shitschara-Seer-Vetsch. 9. bis 15. April, Transport nach dem Westen. 15. bis 21. April, Reserve der OHL. 21. April bis 26. Mai, Stellungskämpfe auf den Maas Höhen bei Combris-Lelipagis an der Grande Tran-Chi-de-Calonne. 25. bis 27. Mai, Doppelschlacht an der Eisnie und in der Champagner. 28. Mai bis 23. Oktober, Stellungskämpfe am Schimädes-Dames. 24. Oktober bis 2. November, Nachhutkämpfe an und südlich der Eilte, ab 3. November, Stellungskämpfe nördlich der Eilte. 1918 bis 20. März, Stellungskämpfe nördlich der Eilte. 21. März bis 9. April, Große Schlacht in Frankreich. 11. April bis 8. Juni, Kämpfe an der AVRE, bei Montidier und Nullion. 9. Juni bis 22. Juli, Kämpfe an der AVRE und Matz. 9. bis 13. Juni, Schlacht bei Nullion. 23. bis 25. Juli, Abwehrschlacht zwischen So Assange und Reims. 26. Juli bis 3. August, bewegliche Abwehrschlacht zwischen Mahoney und Wesle. 4. bis 16. August, Stellungskämpfe zwischen Euse und Eisne. 17. August bis 4. September, Abwehrschlacht zwischen Euse und Eisne. 9. bis 27. September, Kämpfe vor und in der Siegfriedstellung. 28. September bis 9. Oktober, Stellungskämpfe nördlich der Eilte. 10. Oktober bis 4. November, Kämpfe vor und in der Hermannstellung. 5. bis 11. November, Rückzugskämpfe vor der Antwerpenmaßstellung. Ab 12. November, Räumung des besetzten Gebietes und Marsch in die Heimat. Kommandeure 6. nummer, Räumung des besetzten Gebietes, 10. lineane, alle pärende, gl 1984 bis 7.ところение, kann man einigen. 20. September, re electric, Pan�י, flächigier. 20. September, rieseng disks und arbe, 20. September pass werden darfunu sein des Besatzes.